Mit so Michael Jersen, Jordan, ey. Was geht, Freunde? Wir reagieren heute auf die Rap-La-Rue-Songs, beziehungsweise machen eine Tierlist über die Rap-La-Rue-Songs. Gar kein Hate oder so an irgendjemanden. Wir ranken die Songs in einer Tierlist, Freunde. Genießt den ganzen Tags, Like, Kommentar, Abo da lassen. Wir gehen rein, Slums up. Guck mal, Jungs, wir haben die Kategorien hart, stabil, ist okay, geht so, gar nicht meins und keine Ahnung. Aber ihr wisst, wir haben hier sehr viele Songs, Bruder. Also ich weiß, guck mal, versucht wirklich zu bewerten, Bruder. Ich weiß, ihr seid so Freunde und Freunde. Aber ich habe ja so meine Songs ein bisschen dabei. Genau, deine Songs, guck mal, deine Songs bewerten wir und die Reise der Songs bewerten wir. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an, Freunde. Wir fangen an mit Harland, Eamon, Gefangen, Bruder. Den Song haben wir jetzt eben gehört, Lachgas. Was sagt ihr erst mal? Hart. Hart. Ich muss sagen, Chad, für mich persönlich ein harter Song. Was sagt der Chad? Ich sage auch hart, Bruder. Also ich, Bruder, das ist ein Song, den ich mir am Zuschicken lassen. Also das ist so diese Ernste, weißt du? Was haben wir jetzt? Oh! Nächster Song, Bailé. 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 Stabiler Song. Stabil? Ja, stabil, stabil. Ich fand die Hook sehr gut. Ich sage aber auch stabil, Chad. Hart wäre einer zu viel. Ich finde, hart muss so wirklich so, das müssen so die Top-Songs sein, wisst ihr? Aber ich hätte auch gesagt stabil, weil die Hook ist von Kauta einfach Wahnsinn. Die bleibt doch im Kopf. Okay, jetzt haben wir, wir haben Ilo und Gio Substanzen. Ich muss sagen, ich fand, es war ein guter Song. Die Hook hat mich nicht so gecatcht gehabt. Aber ich muss sagen, nicht so krass. Dicker, ich fand die Hook überkrass. Ich fand Ilo seinen Part geistesbindert mit diesem... Ja. Ich fand Gio auch überhaupt nicht das war. Ja? Ich fand Gio, also war auch gut so, aber... Ich fand Ilo seinen Part einfach sehr geil, Bruder. Also ihr sagt beide hart? Was sagt der Chat? Aber Chat haben auch viele hart gesagt, tatsächlich. Da haben auch schon sehr viele hart gesagt, muss ich sagen. Wir packten den auf hart, Chad. Wir packten den auf hart, Safi. Okay, Bubu von Eamon. Der Love Song. Ähm, ich fand den, der war okay. Ist okay. Für Eamons Verhältnisse von Anstehen, okay. Ja, bessere. Ja, safe, deswegen, genau. Genau, Bruder, deswegen sage ich das okay. Brillen, no basic, das war der am Ende, ne? Ja, Bruder, mag es alle. Also Chat, ich glaube keiner, also Bruder, für mich, also glaube ich, keiner diskutiert, Chat. Also für mich war Brillen, no basic, Bruder, brüderlich. Le Malat, liege ich falsch? Boah, muss ich sagen, war gar nicht meins. Weil das war halt komplett dieses, also der hat ja das eine Lied von Ding, also übernommen und ich dachte mir, es war verschwendetes Potenzial von ihm, weil eigentlich so viel mehr bei ihm geht. Ja. Und auch damals, da haben die Leute nicht so krass gefeiert, der da. Bin ich deiner Meinung. Ich habe aber auch gesagt, Le Malat ist für mich ein krasser Künstler, aber in der Folge hat er es nicht schlau gemacht. Weil er hat diese Am I Wrong einfach genommen, Sample und Text und so, deswegen, aber er hat halt so... Ja, ich fand, ich fand, ich mach so Chat, ich haus auf Ding, ich haus auf geht so. Weil an sich hat er ja eine gute Stimme, aber war halt, ne, aber ja. Okay, Shorty und Pada verloren. Suat Paketas, was war Suat nochmal sein Paketas Lied? Das war das Abschlusslied, ne? Ja, dieses... Ja, ich fand es sogar, ich fand es sogar okay, weil die Hupgut war. Ja. Was sagt ihr? Echt? Ich fand die Hupgut. Gar nicht meins. Gar nicht meins? Gar nicht meins. Ja. Weil er eigentlich andere Qualitäten hat, aber er wollte das nehmen, weil das so am besten ankommen soll. Deswegen treffen wir uns in der Mitte und sagen, geht so. Geht so, sag. Bin ich genau. Ja! Okay, wir haben Haaland, Bambinos, das war der aus der Wüste, mit dem Sample war das. Oh, den fand ich... Also das war mein... Also das war Haaland's schwächster Song, fand ich, Chat. Bambinos fand ich... Warte mal, verwechsel ich gerade was? Ich glaube, ich verwechsel das, oder? Ah, ne, doch, der war cool, der war cool. Nein, nein. Das war von seiner Ausscheidrunde. Ja, okay, doch, ne, den fand ich gut. Das war... Doch, den fand ich gut. Den fand ich gut. Doch, doch, doch. Der war gut. Ich sag, ich hau den auf Stabil, Chat. Was sagt ihr? Ja, Mann, ja, Mann. Aber ich hör zu, Bruder, ich hör zu. Du bist ein Gefangenenbruder auch. Okay, Hamdi, Steig ein. Was war nochmal Steig ein von Hamdi? Ich glaube, den haben wir gefeiert sogar. Es wird kälter, wenn ich... Äh, Samplesong in der Wüste. Das war das, was... Ich fand da den zweiten Pack cool und die Hook. Ich fand den, der war okay auf jeden Fall. Ich fand den Song auch schön. Ich fand's war... Also Hamdi hatte einen krasseren, auf den kommen wir gleich. Aber ich fand, der war auch okay. Ist okay, ne? Ist okay. Ich bin auch sehr crazy. Hass von Ammo. Das war Ammo sein Liebeslied, ne? Guck mal, weißt du, was halt schade ist? Für mich? Hart. Echt? Ich hab den Song gewicht. Crazy, Bruder. Was sagst du? Mies hart. Also ich sage, guck mal. Ich sag, Chat, der war hart. Aber ich sag, also für mich ist er stabil. Ihr zwei sagt hart, du treff uns bei hart. Fertig. Demokratie. Demokratie. Gio, Funkscanner. Boah, Funkscanner. Nö, nö, Bruce Banner. Nö, nö, nö. Der war stabil, Bruder. Nö, nö, nö. Der war dickstabil, Chat. Der war dickstabil. Das ist so, sagt er hart. Doch, komm, ich pack ihn auf hart einfach. Ich will Gio seinen Hack geben, Bruder. Haben die uns zu hart? Nein, Mann. Oh, der war schlimm. Nein, Mann, J.U. und Suat. Nein, das war dieses, ich fand J.U. sein Einstieg Bombe. Ja. Aber, ja, der ganze Song war grausam, Bruder. Bruder, sag dir ehrlich, keine Meinung. Nee, Bruder. Diese kann ich auch eigentlich lächeln, Bruder. Bruder, ich sag dir keine Meinung. Nee, also ich hau da einfach gar nicht meins rein, Bruder. Okay. Also, Brüder, dann hau ich das lieber so rein. Gio und Kauta, Ulala. Dieses Ulalala. War okay, das hat auch Kauta selber gesagt, war deren Schwester, also so Schwester-Ding. Was sagst du? Okay. Ist okay, ne? Ist okay, der war, da gab es auf jeden Fall bessere. Weit weg von Nuat, was war das nochmal? Oh, das war der mit, äh, Sample mit, äh. Ich hasse mich. Ach, sag mir. Ich wollte dich nicht reinhieren, Digga, lass ich du die Zeit rein. Ja, boah, der war geil. Der war auch sehr mutig, Bruder, mit dem Sample ist hart. Michael, dich an Michael ranzutassen, ist hart. Das ist schon wirklich hart. Was sagen meine Jungs links und rechts? Sie sind viel stabil, ja, krass. Ich hätte eher gedacht, dass sie auch so sagen. Was sagt Iru Haraga? Bruder, jetzt, wo die Leute stabil sagen. War ein stabiler Song für Nuat. Muss ich aber auch sagen, stabil. Willen wir uns da treffen, färtsch. Iru Haraga, äh, Ice, das war dein letzter Song jetzt. Also ich fand den Baba. Boah, für mich ist der und Bruder seine besten Songs. Ja, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall einer deiner besten Songs, Bruder. Also gibst du dieser Hack? Ich bin alles an. Okay. Das Ding ist, ich finde, ich finde das Lied hart. Nicht nochmal. Ich finde das Lied hart, aber ich will es irgendwie auf stabil packen, weil Luna für mich nochmal krasser war. Checkst du aber, was ich meine? Brüderlich. Aber du checkst, was ich meine? So. Alles flauschig von Gio und Ammo. Bruder, ich schaue ab. Bruder, für mich ein behinderter Song. Bruder, das war ein behinderter Song, Bruder. Der war zu krass, Chat. Dillemin von Nuhat, das war, glaube ich, oh, der war, der war, warte, Dillemin, Nuhat, den muss ich auch nochmal hören. Ich fand den okay, ich fand den jetzt nicht so krass. Fanden sie, ja? Echt? Ich fand sie stabil. Ja? Treff uns bei, ist okay, Bruder? Ja, ist richtig. Demokratie. Locker. Ehe, Bruder. Haaland Rattenhaut, hart. Der war, der war hart, Bruder. Ilu Haraga, ich lieb dich, ich lieb dich, auch Orwum, Bruder. Das ist das Geile, bei Ilus Songs, Orwum, Bruder. Haaland, Ghetto-Kapitän, den fand ich nicht so gut, Chat, den fanden wir gut. Das war, glaube ich, Haalands schwächster Song, glaube ich, oder? Ghetto-Kapitän, warte. Ach, das mit B-H-L. Hatt den Gesang. Für mich, es geht so, was sagst du? Okay. Ja, okay, dann ist okay. Betreff uns damit. Brill, 23 Jahre, also, mit denen, Bruder. Ich sag auch, das sind für mich beide zwei. Sind auch die zwei Besten, muss ich auch sagen, Bruder, wirklich. Okay, was haben wir hier, Bruder? Wir haben von Leo kein Blabla, das war am Anfang das, ne? Ja, ja. Fandst du stark? Ja. Ich fand's okay. Was sagst du, stabil? Ich bin stabil. Stabil? Ja. Wir treffen uns bei stabil. Nu hat Hood gefangen. Äh, was war das? Ich bin in der Hood gefangen. Jeden Tag dasselbe, keine Grenzen. Miele sind kaputt gegangen. Der war stabil. Der war dick stabil. Der war auf jeden Fall. Da hat Nu hat seine Stimme am besten gezeigt, fand ich. Berg, kein Ohr, die Kilos in Bayern. Das war das, glaube ich, mit den Tupac-Samples. Das war das Tupac-Samples. Das ist ja diese zwei Parts, Bruder, das hat ihn gefickt. Das hat ihn leider ein bisschen gebumst, dass er keine zwei Parts gemacht hat. Ja, stimmt. Ich fühl das. Aber ich muss sagen, war ein stabiler Song von Berg, Bruder. Casablanca, hab ich dir gesagt im Auto. Haben wir sogar im Auto drüber geredet zu Casablanca. Ich fand Ilo sein Part nicht so geil, weil er so verschnupft klang. Aber die Hook ist krass. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Was sagst du? Ich sag stabil. Ja? Also für mich ist so, ja, ich sag auch stabil, weil die Hook ist echt stark. Nein, nein, mach auch so okay, Bruder. Nein, für mich ist, guck mal, ist okay gesagt. Er hat stabil gesagt, wir treffen uns bei Stabil. Lagos Bandit von Mufasa, das war sein erster und letzter, ne? Der war stabil, der war dickstabil. Das haben wir damals drauf reagiert. J.U. Gift, boah, gar nicht meins. Du bist mein Gift, meine Ruhe. Ich hab gesagt, J.U. kann viel geiler, kann anders. Ja, ja, Bruder, deswegen. Also für mich war gar nicht meins. Ich weiß, die Jungs können das jetzt nicht so sagen, aber Bruder, ich sag für mich war gar nicht meins. Ey, man, Up and Down, Hard. Up and Down, Up and Down. Oha, wie viele Songs gab's denn, Bruder? Wir machen das im Speeddurchgang, Bruder, guck mal hier. Shiptar in Marrakesh, war das dein Ausscheidungs-Song? Boah, der war behindert. Nein, nein, du meinst der erste Ausscheidungs-Song. Warte, der hier. Ah, das war der mit Limalat und so, ne? Ja, der war okay, der war okay. Der war okay, weil der, der war gut. Nee, ich fand, das ist so eine Mitte zwischen stabil und zu okay. Stole. Was sagt ihr? Stole. Was sagt ihr? Ja, ich sag ehrlich, so ohne Jahrzehnten und so, für mich fand ich den Summe nicht so hart, Bruder. Also im Nachhinein fand ich den auch nicht mehr, also ich fand, ist okay? Ich würde auch auf ist okay packen. Ich weiß viele Dinge, aber es ist halt auch diese Musik, dieses nach vorne und so, deswegen. Juhn von Kauta, boah, der war auch geil, Bruder. Der war geil, Chad, boah. Das war dieses Sample-Ding. Der war vielleicht ein Ticken zu schnell, auch wie er vorher gesagt hatte. Aber ich find, Bruder, ich find den super. Ich find den auch stabil. Ich find den auch. Also ich sag auch stabil, was sagt ihr? Mindestens stabil. Mindestens auf jeden Fall. Strada von Pada. Boah, der war, der war da. Das ist halt für mich so ein bisschen, Bruder, und das mein ich gar nicht böse, so ein bisschen dieses Basic, weil schneller Beat, drauf gerappt, so einfach, so. Das ist irgendwie, das hat mich am Anfang gecatcht, Bruder, aber am Ende catch mich das nicht mehr. Weil ich gesehen habe, wie krass unterschiedlich auch eure Musik sein kann und wie krass, so, weißt du? Ja. Am Anfang hat das noch gecatcht, fand ich, aber... Wollen wir mal auf Ist Okay machen? Ja, ich würd auch auf Ist Okay packen. Hassliebe von Haaland, dieses Hassliebe, Bruder, habt ihr gesehen? Wie witzig, Bruder. Du bist durch Stur, Stolz und Kalt. Ich hab gesagt, Bruder, wenn du Rückbank sitzt und deine Mutter an McDonalds vorbeifahrens. Kennst du, kennst du diese, wo Songs in seinen Liebesen sind? Ja, ich hab... Das hab ich geschaut. So witzig, Bruder. Hassliebe war, äh, war, war stabil, so ein stabiles Ding, was sagst du? Witzig war stabil. Brell. Ja. Ja. C von Haaland, Bruder, guck mal jetzt. C in mein Geld, do... La Capite. Ah, das ist der erste. Der war hart, der war hart, der fand ich stark. Brell, uh, das war uh. Du bist dangerous. Uuuuh. Ja, der, ne? Genau, der war... Den fand ich stabil. J. Ulla Hain, Jungs. Bruder, einer der, ein sehr krasser Song. Ja. Meinen Schutz von Gio, den fand ich nicht so, weil Gio hat ne ganz, also ist ein ganz anderer Rapper, Bruder. Bro, seit dem Gio, äh, Katastrophe gemacht hat, Bruder. Ja, ja. Der hat gezeigt, was er drauf war. Deswegen, Bruder, ich, ich, ich skip das erst mal, Bruder, warte mal, okay. Ammo Umbrella, oh, den fand ich, den fand ich okay. Ich fand den hart. Echt? Ich fand den auch hart. Ich fand den hart. Ich fand den auch hart. Das war dieses... Umbrella, Ella, 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 eh, eh. Brauch mehr, einen, Ella, Ella, Ella. Was habt ihr gesagt? Hart. Hart? Du, was sagst du denn? Ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, okay. War jetzt kein Song, den ich später noch mal angelerde. Okay, wir treffen uns bei Stabil. Okay, wir treffen uns bei Stabil. Ja, das stimmt. Ganja von J. U. Das war dieses Ganja, Ganja. Ich finde halt dieses Monster-Kack-Sample nicht so geil. Wollen wir so okay machen? Ja. Was sagst du? Ja. Ghetto. Was sagst du persönlich zu dem Song? Würdest du sagen, es war ein starker Song von euch? Von Ghetto? Ja. Ich finde wirklich, die hätten viel mehr rauszuholen können, wenn die sich in die Hochdruck geteilt hätten. Ich finde, Breel hätte da was auf die Hochdruck gegeben. Allein vom Arrangement ist das nicht cool, wenn jemand ein Part hat und dann in der Hochdruck nochmal zuhören ist. Ja, ich check. Weißt du? Also ich finde, da wäre mehr rauszuholen bei dem Song. Deswegen ist für mich der Song okay gewesen. Ja. Also ich fand, ne? Ja, ich check. Also deswegen. Aber danke für die Kabine. Habibi. Der Solo von Ammo, boah, haben wir eben gehört. Der war okay, das war dein Lieblingssong, ne? Ja. Ich fand, Ammo hat eine ganz, ganz, ganz krassere Songs, finde ich. Ja, da muss ich ehrlich sagen, also ich finde den Song auch sehr stark, so. Aber, Bruder, Ammo ist so krass. Ammo ist halt, da ist auch die Messlatte anders. Ich würde auf jeden Fall eher andere Songs. Ja, safe. Safe, 100 Prozent. Was sagst du? Du sagst Hard halt, ne? Bruder, ich, Hard, man muss jetzt gucken, wo man sich, wo man ansetzt. Was sagst du? Bruder, ich bin auch zwischen Hard und Stabil. Dann würd ich den auf Stabil packen, halt. Dann würd ich den auf Stabil packen, einfach. Uzi, mein Block. Das war, wie ging der nochmal, Bruder? Boah, der ist hart. Also für mich persönlich ist das... Ah, das war doch der, der am Ende, ne? Da, wo er rausgeflogen ist. Ja, doch, der war geil. Ja, der war hart, Bro, der war hart. Ja, doch, der war hart. Ehre Devise, brauchen wir nicht reden. Brauchen wir gar nicht reden. Gefühle von Breel. Das war Ding. Doch, der war geil. Der Gefühle war... Das war der Liebessong. Das war der, ja. Ich da gehen aus. Pop meine Pille gegen Bale. Ja. Du hast eine... Also bei der Challenge konntest du auch am meisten glänzen, muss man sagen. Ich fand den hart, was sagst du? Yeah. Ich fand die Hook geil, aber die Parts waren nicht meins. Ich fand's auch stabil, also Ding. Ich fand halt deine Hook geil, aber ich fand die Ding so. Hamdi Quartier. Das war der Song, womit der rausgeflogen ist, ne? Der war Bruder. Der war zu stark von Hamdi, muss ich Hack geben. Der Chat, den haben wir damals gefeiert, den feier ich immer noch, Bruder. Der war sehr hart. Oder ich sag, vielleicht klinge ich jetzt wieder mit der Größe Hater. Echt? Ich schwör. Ich fand, der war Hamdi auch so sein Stärkster, finde ich. Sagst du? Sein Stärkster, ja. Ich merk viel Stärker. Echt? Aber vielleicht liegt's auch daran, dass ich dem Beat null gefällt. Ja, okay. Ich fand dieses Diebe harte und so. Fand ich geil. Haraga ist in meinen Top-3... Ich sag, am Ende meine Top-3-Lieblingssongs aus Rap-Laurie ist in meinen Top-3. Äh... Ey, Hart. Bruder, ich find Haraga ist behindert, wie er drauf rollt, ey, man. Muss ich auf jeden Fall Bruder auf Hart packen. Nur hat immer noch. Das war der Song, wo Ding, womit der rausgeflogen ist, ne? Bruder, das war auch immer so ein harter Song. Harter Song. Harter Song. Harter Song. Äh, Ilohara, ja, Luna. Luna ist ein Song, den ich mir immer noch anhöre. Berkay, Mercedes. Boah, weiß ich nicht. Ist okay. Ist nicht geil, ne? Ich fand den okay. Paff, paff, bis an... Paff, paff, bis an... Der ist noch mein Haar. Ja, Mann, der hat sich auch gut gemacht. Der hat Haraga seinen krassesten Part in dieser Partie. Auch so, da hat er sich von da... Da kann er auch am meisten so glänzen. Der Sound und so. Welcome to my life, von Berkay. Ah! Echt? Was sagst du? Ich sag stabil. Stabil ist ja auch stabil. In den Haaren. Sorry. Okay, sorry. Tu mir da lange. Kauta ist hier... Fand ich hart. Ich fand's hier Parlamen hart. Fand ich super, Bro. Ich bin eh ein Fan von Kautas Stimme. Oh, Kauta Part Out. Was war nochmal Part Out, Bro? Das war, glaub ich... Ich blösch alle Bilder von... Wir konnten nie funktionieren. Ah doch, gegen Gio. Den fand ich gut. Aber jetzt nicht krass. Ja, stabil. Stabil. Ich fand die Hof da sehr krass. Ich fand den stabil. Geokatastrophe hier hungs ein. Bruder, eigentlich musst du jetzt eine neue machen. Sehr hart. Der ist... Geokatastrophe ist... Also, wow. Da musst du da hart Nummer eins. Safe. Sehr krass. Katastrophe. Say my name. Say my name. Say my name. Weißt du, hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding. Mach mein Ding. Guck mal, wie es im Kopf ist, ne? Mach mein Ding. Guck mal, wie es im Kopf ist, ne? Ich wär von Haschplattenfäller. Riesengroßen Ellern. Die geschnitze Kunden. Oder der ist... Eamon Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Den fand ich okay. Bei Eamon auch immer anders. Ja, safe. Was sagst du? Du? Schöne. Weil er kam dann... Mit Haraga. Ja, Mann. Deswegen fand ich den okay. Den... Ich hab Grey Goose im Becher. Ich sag okay. Egal von Eamon, Bruder. Ey, egal. Das gehört nicht zu sehr hart. Bruder, ja, ja. Das ist auch einer der viralsten Songs, ne? Kauter... Bruder, warte mal. Jetzt sind wir sogar in der... Warte, wir machen nochmal die Runde. Warte, ich will kurz Champions League... Kann ich kurz Champions League auf sehr hart... Also auf hart packen? Ja. Bruder, Champions League Chat. Ist also ein Song. Bruder, ich hab den hoch und runter gehört. Kann sein, ne? Ohne Spaß... Guck mal, Bruder. Ich kann jetzt bei Stats for Spotify... Kann ich sogar zeigen, Bruder, wie geistesgestört ich diesen Song gesuchtet habe, Bruder. Hier. Platz 16, Bruder. Letzte 6 Monate. Und das ist ja nicht mal Ding. Und die anderen Songs sind sogar schon länger draußen, Bruder. Safi, Safi, wie fandet ihr den? Ich fand... Den? Cool. Ich fand, der war okay. Digga, Bruder, ich höre, ich bekomme keine klaren Signale von euch, Jungs. Du bist auch, Bruder. Wie findest du den? Wie findest du den? Brel, was sagst du? Brel, was sagst du zu diesem Song? Ja, Jungs, ja, okay. Irgendwie... Ist unser Fehler. Ich find den noch stabil. Ich find den stabil. Dann packen wir den noch stabil. City Kartago, fand ich. City Kartago, oh, 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 oh. Bruder, der ist... Darf ich? Ja, natürlich. Dankeschön, Bruder. Natürlich. Brel Season... Boah. Zurecht, zurecht. Was sagt ihr, Jungs? Was sagt der Chat? Ich sag's, okay, ehrlich. Der Song ist okay. Würdest du sagen, von dir aus selber ist okay? Von dir aus selber ist okay. Ich find auch, du hast viel stärkere gehabt dann. Ja, same, same. Ich würd auch aufs okay packen. Auch wenn man halt... Bruder, die im Hinterkopf hat. Ist halt was anderes. Nur hat, wohin? Wo packt ihr nur hat, wohin? Bruder, das war ein harter Song. Der ging rein, ne? Der war auch deep. Das war ein stabiler Song. Ich würd auch auf stabil packen. Der ging hart rein. Das war ein stabiler Song. Ja, Mann. Bruder, ich bin ein Fan. Echt? Ja. Das war der erste Song. Ich find, Charmota ist immer noch stabil. Bruder, das war der erste Song von Ripple Rue. Bei den Runden. Der ist Max. Ich find den hart. Bruder, das war der erste Künstler von Ammo. Das find ich genau der Sound von Ammo. Echt? Ja, ja. Ich find aber, also, zweimal hart gegen einmal stabil, Bruder. Fair, fair. Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt hier noch Bisou von dir. Wie ging Bisou noch mal? Den geb ich euch, Chat. Hart? Stabil. Ich würd den auf Ding packen. Also, ich fand den stabil. Ich fand den stabil, Bruder. Wir geben dir Hack hier aktiv. Lebendig von Gio, was sagt ihr? Sehr hart. Ich hab auch nie verstanden, warum Gio nicht schon vorher seinen Hack bekommen hat. Ja. Es ist halt so dieser aggressive Straßenrap, weißt du? Ja, Bruder. Man muss sich jetzt mal darauf einlassen können. Safe. Dann packen wir den auf hart, Jungs. Ja, was haben wir hier? Welche Bruder, was haben wir hier? Welche ist denn das, Bruder? Ich überleg gerade. Guck mal, diese Songs, Bruder, ich hab die gar nicht mehr im Kopf. Wie sagt ihr? Was sagt ihr? Ich fand den stabil. Schön auch stabil. Ja, was haben wir hier von... War Bene, wie ging der nochmal? Was sagt Brelz da? Was sagt Brel? Ich will auch stabil. Nein, Bruder, ist es okay, Bruder. Ich will auch es okay sagen. Aber männlich. Ein Kauter seit Tagen. Den fand ich okay. Fand ich auch okay. Gab bessere. Malat von Kauter war den, den wir eben gehört haben, ne? Der war fand ich auch hart, Bruder. Ich sag, ich mag Kauter einfach, Bruder. Tabul Arasa. Was ist das? Nöte U. Kabul Arasa. Tabul Arasa. Ja. Das wäre ehrlich okay. Bruder, ich sag mir ehrlich, ich bin dick stabil. Also ich würde den so zwischen stabil und ist okay, Bruder. Ja, geil. Was mach ich jetzt, Bruder? Ja, du, weil ich dich mag. Ja, mach einfach stabil. Weil ich dich mag, Bruder. Nuhat, Love You. Bruder, das war hart. Das war hart. Der ging. Ich würde stabil packen, Bruder. Mein Schutz von Gio für der Liebessong noch mal, Bruder. Ich weiß nicht mehr, wie der ging, Bruder. Sagt der ehrlich. Dir ist egal, was innen ist, wenn Kasse klingelt. Erste Pader in der Hand. Feierst du Gio sein Musik? Ja, ich weiß nicht. Bei Gio gibt es immer so diesen einen Sound, den ich bei ihm feiere. Aber ich finde, mit der Challenge im Hinterkopf ... Er muss das ja machen. Ich fand eher deswegen, Bruder. Für mich, ja. Aber ich fand's stabil. Not von Amen. Boah, Bruder. Ja, ja, ja. Brauchen wir reden. Brauchen wir gar nicht reden. Ammo. Ja, ja, ja. Warte mal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So wie Kotflecken. Ihr habt Luxusprobleme. Wir schlafen auf Bruchbetten. Ja, diese Leid ist auch witzig, Bruder. Ja, ja. Was, wenn nicht, Bruder? Im Dschungel von Gio. Mach mich gleich mit dem Kopf. Ich auch nicht, Bruder. Ja, ja. Der ist schon ... Das ist halt guter Sound von Gio, weißt du. Das ist halt sein Sound, Bruder. Das ist halt Heimspiel bei ihm, weißt du. Ja, stabil. Ich fand, glaube ich, dieses ... mit der Bridge, mit dieser Autotune ist so gut. Echt? Bruder, ich finde, das wird unnötig gehatet. Ich finde, genau diese Stellen sind krass. Genau diese Stellen haben mich zum Gio-Fan gemacht. Tschüss, Bruder. Ja, Bruder. Ich hau mich hart. Okay, von dir, Bruder, für sie. Ja. Ich sag, das ist für mich gar nicht, gar nicht, gar nicht wie Quatschen. Guck mal. Das ist für mich einer meiner Favorites. Einer deiner Favorites sogar? Mhm. Joa, ich fand den nicht okay, Bruder. Sag der, ich fand den okay damals. Feiert sind tot, feiert sind tot, ne? Okay, dann hauen wir ihn auf stabil. Shorty, geh nicht. Dann haben wir jetzt von der Gosse von Eamon ... Hab ich auch ... Bruder, harter Song, Bro. Telele von Ammo. Sehr hart. Sehr hart. Ich glaub Butter-Croissant. War auch ... War stabil, hab ich mir jetzt nicht öfter angehört, muss ich sagen. Persönlich. Welcher ist der hier? Beretta. Beretta? Fand ich krass. Okay. Guck mal, Chat, das ist jetzt ... Guck mal, das ist jetzt unsere Tierlist zusammen. Ja? Ich sag jetzt meine Top 3 Songs von Rap La Rue. Stand jetzt. Kann sich noch ändern, weil jetzt zum Beispiel No Basic gedrobt ist, okay? Meine Top 3 sind ... Irre Devise, Gefangen, Champions League. Muss ich sagen. Und, ne, Luna, aber irgendwie, Bruder, irgendwie knallt da auch Luna noch. Ich hab keine Ahnung, Bruder. Haraga? Stimmt, Haraga ist auch, Bruder. Also, ne, ich hab meine Top 5. Chat, ich will nicht sagen, ich hab meine Top 5, also nicht nach Reihenfolge. Ich hab Haraga, Bruder, ich habe Champions League, ich hab Gefangen, ich hab Irre Devise und Ding. Und welchen hab ich noch gefeiert, Chat? Luna, das ist meine 5, ja. Aber ich glaube, No Basic wird da reinrutschen, Bruder. Da sagt er echt, den fand ich Baba, Bro, wirklich. Also, den fand ich echt Baba. 23 Jahre, das ist der Song, den hab ich mir abends immer gerne angehört. Aber nicht so aktiv immer so komplett. Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen, Freunde, zu der Tierlist, was ihr geändert hättet. Ich will verabschieden uns, Freunde, lasst mir die gerne in den Kommentaren. Abo da, folgt den Jungs auf Instagram, folgt uns allen auf Instagram. Wisst Bescheid, Freunde. Votet für uns. Votet für die Jungs, wie ihr möchtet. Votet für uns. Slumsab, Freunde, haut rein und ciao.